Bundesliga-Totz ist da, die Menge und der Platinbus, die schreien Hurra Hurra. Lieben Bayern-Totz, sehr sehr schmackhaft, gebt mir wieder ein Lewandowski oder ein Kimmich. So Freunde, ihr braucht noch günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges, schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei, mit dem Code alex96, bekommt ihr nochmal 3% und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, ab geht's. Herzlich willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal, wir werden heute hier eine Ladung Packs öffnen, bei mir und beim Volkan, Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr sehr gerne Daumen hoch geben, sehr sehr gerne auch ein Abo da lassen und dann würde ich sagen, legen wir direkt los, rangehbar, ab geht's. Da werden wir beim Volkan die Packs öffnen, bei mir werden wir auch noch gleich ein paar öffnen, schauen wir mal, würde ich sagen, starten wir rein, ich werde euch wahrscheinlich nur die Besten reinschneiden, das erste, schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wenn ihr natürlich kein 84, 85 plus Spieler kommt, werde ich das nicht reinschneiden, ja, erste Pack, leider nichts Gutes, wie gesagt, Freunde, ich zeige euch dann die Highlights, ab geht's. Freunde, Bundesliga-Pack, hierfür musste man, glaube ich, 8 Spiele machen, ich weiß das gar nicht, ich habe das gar nicht gemacht, dann würde ich sagen, let's go, hoffe ich, dass es sich gelohnt hat, dafür die 8 Spiele zu machen, ja, dann wir rein, let's go, komm, gönnen einen Tots, EA Sports, schauen, wie viele Bundesliga-Tots wir heute ziehen, ich werde eh 300-400 Upgrades insgesamt machen, Also wir werden wahrscheinlich das ganze Bundesliga-Tots-Gefühl zielen, aber, ja, die 8 Spiele hätte man sich sparen können. Freunde, wir haben jetzt hier 81x25, 83x25, ich habe die beiden bei mir auch noch, plus das 82x25 und hier haben wir noch das 84x20, vielleicht müssen wir hier ein bisschen kurz auch recyceln, weil ein paar doppelte Drahten sind, aber ich würde sagen, starten wir mit dem 81x25 rein, gönnen einen Bundesliga-Tots, EA Sports, wir wollen hier ein paar schöne sehen, dass ich Titel schreiben kann, 5 Bundesliga-Tots gezogen oder so, wäre nice, komm, kein Dings ist in Form, Das ist natürlich schlecht, Spanier, wie gibt es in Form Morales, muss das sein, naja, das ist natürlich nicht so nice, ähm, ja, ich hoffe, die nächsten werden besser, boah, das ist schon schlecht, muss man leider sagen. Oh, Freunde, 83x25, also da muss jetzt ein Bundesliga-Tots kommen, gönn jetzt EA Sports, komm, let's go, so, komm, ich habe mein Bayern-Trikot an, da muss Bayern-Spieler rauslaufen, das kann ja nicht sein, komm, gönn jetzt, gescheit hin, gönn. Argentinien, Bitlia, scheiße, diga, boah, das ist schon kacke, wer kann dahinter sein, Baku, sonst geht's nix, ne, oder diese Lacro-Dings-Booms. Oh, Angelinho, nice, diga, immerhin der erste Bundesliga-Tots, 90, äh, Dings, aber ich glaube, der schlechte Recode, okay, zwei Doppel, diga, so, Freunde, 84x20 Pack, das krasseste Pack, wo es geht, gibt's für Bundesliga-Tots, mindestens EA Sports. Würde ich sagen, let's go, viel Glück, hol was Gescheites raus, gönn, komm, jetzt muss man ein Bayern-Spieler, komm, endlich, extra mein Bayern-Trikot angezogen, komm, gönn. Nein, nein, diga, du scheiße, diga, ey, das ist, man muss dafür vier Punkte holen, und die geben, keine Ahnung, dir, Baka, keine Ahnung, was ist das für eine Tonne, diga. Diga, was ist denn das für ein Scampag, das ist die komplette Verarschung, bin ich gerade auf meinem Account, alter, diga, was ist das, hasard immerhin, aber das ist trotzdem lächerlich, wie viele 84er-Chat. Angekommen auf meinem Account, werden wir hier das 5x85er aufmachen, und das hier, ich weiß nicht, ob ich die anderen zwei jetzt schon öffne, die werde ich vielleicht dann die Tage einfach im Stream öffnen, weil ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel Doppelte bekommen werde, und ich weiß nicht, welche SBC ich aktuell machen will, deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit dem 5x85er, werden wir uns natürlich noch anschauen, was sonstig noch kam für SBCs, komm, gebt mir hier einen Bundesliga-Totz, EA Sports, das Pack war ja eigentlich teuer, wenn man das gemacht hat, gönn einen Bundesliga-Totz, komm, gönn. Nach, diga, das ist, das ist wieder Scam, wieder so einer aus der türkischen Liga, ja, den Fatsch hier, oder wie man den auch immer ausspricht, kann natürlich, glaube ich, nichts mehr dahinter sein, so gefühlt. Ja, mein Account ist kaputt, habe ich das schon mal erwähnt, Katastrophe, ähm, das war gerade richtig schlecht, ähm, gucken wir mal, ähm, ich habe die ja noch angespart von letzter Saison, Freunde, also ich habe die noch nicht jetzt geöffnet gehabt, für Bundesliga-Totz, gönn mir jetzt einen Bundesliga-Totz, EA Sports, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr so rumgeiert, gönn einen Bundesliga-Totz, EA Sports, komm, Deutscher, gönn ZPM, was ist das, Bayern, let's go, gönn Thomas, Thomas Müller, let's go, let's go, chat, 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 da habe ich sogar auf meinem Trikot hinten drauf, der Müller am Start, let's go, let's go, der beste Totz aus dem Bundesliga-Totz gezogen, chat, der in der besten Bundesliga-Totz aus dem Totz gezogen, nice, schmeckt, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, Thomas am Start, sehr, sehr geil, freut mich natürlich, Freunde, ähm, eine sehr, sehr geile Karte, ja, Müller wird einer der besten Spieler, die es jemals auf dem Planeten gegeben hat, ähm, gucken wir mal, was noch dahinter ist, sehr, sehr geil, ähm, ich würde sagen, die anderen Packs, das ist dann zu für heute, ähm, Sabitzer und Baku, was ein Pack, was ein Pack, aber der Rest ist Katastrophe, Scam des Todes, ähm, 3 und Achanur, aber Müller, Sabitzer und Baku, alter, das ist krass, das ist krass, chat, das ist sehr, sehr krass, vielleicht noch irgendwas krasses, doppeltes, Bernardo, Silva, okay, dann muss ich eh erst eine SPC machen, habe ich doppelt, ähm, dann passt das, wie gesagt, Freunde, ähm, das hat, also das ist sehr, sehr krass, also das ist sehr, sehr krass, ähm, Sabitzer ist auch, glaube ich, teuer, ne, okay, ja, wahrscheinlich ist er teuer, ähm, sah sehr, sehr krass aus, Müller, sehr, sehr geil, freut mich, ähm, dass ich ihn gezogen habe, sehr, sehr geile Karte, hat auch 4-4 bekommen, sehr, sehr geile Karte, meiner Meinung nach, Baku auch gar nicht so schlecht, also Baku sieht auch ordentlich aus, ich bin ehrlich, eigentlich muss ich, kann ich die anderen gar nicht mehr öffnen, so, sonst lohnt sich fast gar nicht mehr, Bundesliga-Packs zu ballern, wir haben jetzt 3 aus 15 Bundesliga-Tots schon wieder gezogen, ähm, ja, die anderen wollen wir natürlich auch ziehen, ähm, einen von 7 Bayern-Spielern haben wir jetzt auch, schmeckt auf jeden Fall, wir schauen uns natürlich an, was noch kam, Freunde, ähm, gehen wir rein, wie gesagt, die anderen Packs, die werde ich dann öffnen, wahrscheinlich, ähm, 1 zu, äh, Serie für Ronaldo und 1, äh, für League All einfach, werde ich das einfach so machen, dass ich das dann ein bisschen Split, eigentlich wollte ich das bei Bundesliga eröffnen, aber wenn die hier schon den Packs so gönnen, dann sollte man, äh, ja, das nicht, äh, ja, so riskieren, ne, die werden da in den anderen Packs nicht so gönnen, ähm, schauen uns natürlich an, was rauskam, wir schauen uns erstmal an, was zum Erspielen kam, Freunde, ähm, Müller freut mich sehr, 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 sage ich euch, wie es ist für mich emotional, die beste Karte, die mir geben konnten, ähm, Bundesliga, dann könnt ihr hier den Russiloner spielen, also 93 Pacer, der 980 Karte ist okay, könnt ihr euch mitnehmen, zudem gibt es noch einen Moments Amiri, als Achter, gar nicht so verkehrt, auch für ein bisschen Squad Battles, geht klar, wie ich finde, sonst haben wir hier nichts bekommen, aber wir haben noch eine sehr, sehr geile SPC bekommen, die sich natürlich lohnt, ähm, ja, also ich bin immer noch, äh, freue mich immer noch über den Müller, ähm, hier haben wir den Douglas Kossa und den Max Kruse bekommen, Max Kruse brauchen wir 83er und 85er Team, könnt ihr euch gönnen, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ist eine 90er Karte, ist so eher Fun-Karte, ähm, Douglas Kossa am Start, ähm, 83, 84 und 86, ähm, sehr, sehr geile Karte, meiner Meinung nach, also wer Bock drauf hat, kann sich den auf jeden Fall gönnen, ich denke, wir werden den ercraften, äh, mit den Packs, die kommen mit den Bundesliga-Packs, ballern, ähm, obwohl vielleicht manchmal nur 200, 250, weil wir halt jetzt schon drei haben und, ja, Baku wirst du eh wahrscheinlich zehnmal ziehen, ähm, deswegen wird das so sein, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, sehr, sehr geil, dass wir mal Glück hatten, ähm, sind jetzt nicht die teuersten Tots, aber wie gesagt, Müller, freut mich sehr, dass wir ihn gezogen haben, ähm, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, lasst jetzt gerne ein Abo da, wenn wir sagen, ciao, ciao, bis die Tage, meine Lipponen.